ich war auf jeden fall jeden fall gut mit der heilung dabei wird dann schon leicht anstrengt dann nehme ich weiterhin mercy vielleicht klappt es ja so ich glaube so viel gehalt wie in diesem match habe ich noch nie mit mercy im ganzen wir brauchen text naja jetzt müssen wir angreifen von daher brauchen wir keine tanks mehr gerade auf dem brust ach tanks sind überbewertet hobilein hey der ist doch der arbeitet doch gar nicht ja eben der hat doch krankenschein der hat doch uhr krank der hat urkrank was wirklich krank it's true ich hab's gesehen dann konnte ich nicht mehr schlafen also was heißt halt morgen um ein uhr oder so aber gut deswegen konnte es nicht mehr schlafen ja das bild war nicht schön sind immer diese gespräche von denen untereinander so lustig ja was hat may jetzt gesagt ich hab's nicht verstanden ich kann's dir aber nicht empfehlen oder irgendwie sowas aaah sniper ich will nicht schon wieder von der widower abgeknallt werden oh ne ist aber nicht go tank go go tank go waaaah na guck da oh oh mein gott oh mein gott warum spielt jeder ich heile doch oh na klar ja falscher knopf oh simatra ist auch schon im gegner team voll was ist doch ah da ist einmal gegen meine fresse und dann wieder zurück lol das hab ich nicht gesehen ja der der scheißpick ne ne da will ich nicht hin da will ich nicht hin da sind wir zu viele weißt du was vorsicht leute jetzt wird's roth 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 ach was neiiiin hä da oben ist laser wieder so'n laser scheiß pass auf oh mann ich hab gar nicht gesehen dass wir nicht die meta haben die die meta die die was was we were is down jump of red is oben24 zurück gebt doch ah fuck 娘 cheyce cheyce da kommt treiben da kommt ein reiben der reifen hat mich zerstört Warum hat er denn diese Petra doch nicht umgebracht? Mercy hat dir die ganze Zeit geheilt Sie haben ihn doch weggeholt Da war ich schon tot Klar trifft er mich noch, oh man das macht grad keinen Spaß Nicht sterben Leute Ich hab doch mein... Ach verdammt Du Stinken Dankeschön Gehen wir mal Vielleicht bringt's ja was Auf wenn ich sie noch nie gespielt hab Meine Ult ist ready Meine Ult Meine auch, also geht rein, sterbt alle und dann belebe ich euch wieder und sie sind überrascht und wissen nicht was los ist Hehehehe Ah man Ah, komm 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 Uh, das war knapp Pass auf Widow Ja, ich stell mich mal hier hinter Okay Was ist denn? Da oben oder? Hatsisch Ach, hast du schon Wenn ihr zuviel Schaden habt, läuft nicht zu weit vor Bitte Hehehe Ich seh hier ständig jemand mit kritisch rumlaufen Wie Wuuuuii Mann Verdammt zu, zu früh Oh Scheiße! Hilfe! Oh na klar, sie ist weggekommen. Ja, wir haben's! Wow! Ah! Nimm mich mit! Nimm mich mit! Nimm mich mit! Was denn war das denn? E-Mail? Oh man, hier? Vielleicht liegt's bei euch auch so oder nur bei mir grad? Nö, war das safe. Momentan geht's. Versucht bitte nicht zu stehen! Ich komme, ich komme, ich komme! Dann noch viel mal bitte entgegen! Hier, hier, hier... Ah, da kommen die Bälle geblogen! Die Bälle! Aua! Das tut weh! Die Spaßbälle! Hier! Auf oben! Na verdammt! Das ist auch oben drauf! Oh ja, ich seh's! Aua, 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 aua! Die will mit, die... Versucht die, wenn ich wieder da bin! Och man, ich hasse... Schieß sie runter, schieß sie runter, schieß sie runter, schieß sie runter! Woow! 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 War das knapp! Scheiße! Das... Das wird mich... Scheiße! Ich wollte an der vorbei! Ach, da oben ist Widow! Hab sie! Warum tötet die denn keiner? Ich hatte nämlich grad... Ich hatte nämlich grad das Problem, alle waren an der Widow vorbei! Und ich musste nur noch irgendwie zu euch kommen! Und ich musste nur noch irgendwie zu euch kommen! Gegnerrischer Teleporter aufgespürt! Och! Warum geht ihr da immer so kamikazemäßig rein? Ich... Ich hab die Bombe... Von Schunkett... In die Fresse bekommen! Toll! Mann! Wow! Wer hat diese Map konstruiert? Warum hing ich da fest? Oh nein! Hilfe! Hilfe! Silent! Hilf mir! Hinter mir! Okay! Weg! Reifen! Reifen! Woow! So schnell konnte ich meine Waffe gar nicht wechseln ey! Ah! Nein! Dankeschön! Die Mercy ist links, wenn du... Ich kann sie nicht abhören, weil die noch... Weil dahinter steht... Ich heilte die ganze Zeit die Leute! Ja! Absolut! Die Widow will aber nicht lernen, wa? Merke ich, dass es immer mal gut ist! Ich komm da irgendwie nicht dran vorbei! Oh oh! Danke! Ich will euch doch nur heilen! Marie! Ich zaubere dich gesund! Hast mal grad das Leben gerettet! Okay! Gott! Konzentrier' ich mich grade! Hilfe! Gar nicht! Hilfe! Über dir, Jan! Oh Mann! Und da ist immer noch so ein Junk Red Ei! Was? Da ist ein Junk Red! Scheiße! Mann! Stopp doch endlich! Ach Mann! Wer hat denn diesen herzlichen Widow da oben geheilt? Ach, die war runter auf 13 HP! Goodbye! 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 Weet ihr rausgefallen! Oh mein, das war auch geschehen! I día? Oh, da dauert ja ewig, Mann! Uh 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 uh! Oh, irgendwie kommen wir da nicht durch... No! No! Merce is up Merce is up Nix da Dün Naja für einen Für einen mach ich sowas nicht Aber für zwei lohnt sie schon eher Olli, scheiße Mercey Fucken gehabt Nööööö Wir kommen irgendwie nicht so richtig durch Ah Wow Alter das ist so schwierig Oh Die spielen auch gut Sniper da oben Gut positioniert Ah Symmetra Symmetra Natürlich geht sie zuerst auf mich Nur weil ich Heiler bin Oh Oh Ja Ja Wohin Ich bin aufm Haus Tschüss Ich verstehe mal Hallo Hilfe 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 Immer mit eurem schwarzen Gürtel ey Unmöglich Eine Minute noch Kommt Leute Schaut mal Es muss irgendwo ein Teleporter sein Ich Ich Hasse Roadhog Mann Nein Stopp doch einfach Komm nein 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 So Jetzt habe ich mal alles riskiert Aber das war irgendwie Scheiße Ah Really Jep Witzes Okay Oh Oh Scheiße Oh Scheiße Na verdammt Scheiße Boah Wo kommt denn die Diva jetzt her Mann Wo wird sie immer sterben Das ist echt nicht Jan Nein ich will da Ich will kein Bild von deinem Ja Es reicht schon wenn mir Jan Bilder schickt von zitierten Augen Jan Jan ist schuld Wie wir hat ihn hier sehen und es hinterhält Nein Really Man Ulti, wir kriegen ihn auch Wow Deiner Ulti bringt's ja voll Ja Ja Symmetra ist einfach scheiße Ja 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 Ah der Junkrat hat rein Schönen den Erf Warte mal Wir spielen doch schon die ganze Zeit gegen den oder nicht Der Name kommt mir voll bekannt vor Wow der hat auch wieder so wenig Nehmen in der Bier Da gebe ich keinen Punkt Bin ich jetzt mal herrlich Fertig Fertig Und der Hund pennt die ganze Zeit Na ok So will jetzt jemand anderes heilen Auf gut Ja Sonst teile ich mal ne Runde Moment Auf gut Hinten Auf gut Vielen Dank.